So, hallo mal meine Freunde, ich zeige euch mal eine, ich sag mal so, eine Studie zu einem, wie auch immer, Flash, oder weil auch immer so ein, wie diese Teile alle heiß sind. Ich habe da mal was ganz eigenes gebaut. Die Bewegung ist wie bei einem Evolution. Es wippt auch genauso auf, weil ich noch Probleme mit den Gewichten habe. So, und ihr seht ja unten am Gondelträger sind ein paar mehr Gondeln angebracht. Das steht zum ersten so. Und zum zweiten kann ich das auch so. Das heißt, zusammen ergibt das sowas hier. Ist aber noch schwierig zu fahren so. Wie gesagt, es ist nur eine Studie. Kein Aussehen, gar nichts. Es ist für die M-Motoren auch eine, ich sag mal sicherlich große Quälerei, dieses Ding hier zu fahren. Aber, ich müsste, wenn ich demnächst mal bei einem Lego-Shop die L-Motoren, wenn die verkauft werden, dann werde ich mir diese L-Motoren zulegen. Dann mache ich die L-Motoren. Wie gesagt, nur eine Studie, kein Deko, gar nichts, nur reine Technik. Andere von euch, die können ja, ich habe jetzt mal auf YouTube geguckt von dieses Extrem, dieser Skater. Das Ding ist ja wunderbar geworden, aber wie gesagt, ich baue nur mit viel Technik und wenig Aussehen. Aber es ist mal eine einmalige Bewegung.